Logbuch Eintrag Nummer 18, Captain Kirkbeard, am Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Das Schiff ist wieder voll einsatzbereit. Wir warten nur noch auf Meldung unseres Außenteams. Wir konnten sogar das Energieradar wieder instand setzen und damit eine ziemlich vertraute Energiesignatur weiter oben in den Höhlenorten. Wir hoffen, dass es sich dabei um das dritte Mitglied unseres Außenteams handelt, warten aber immer noch auf Kontakt. Ja, und den herzustellen könnte lustig werden. Vielleicht schleichen wir auch einfach um die herum. Ja, an die dürften wir leise rankommen. Nämlich jetzt. Heavy Arrows, Powerful Arc Shot, jetzt Enemies with Specific Radius. Also starker Winkelschuss. Trifft Gegner in einem bestimmten Radius mit einer Menge Pfeile. Distanz und Pfeilgeschwindigkeit müssen beachtet werden, wenn der Multishot benutzt wird. Also ja, mit dem Multishot ziehe ich mich jetzt erstmal zum Energiekristall zurück. So, kann ich ja. Kann hier nochmal super speichern. Verstecken wir uns mal hier kurzzeitig. Das Problem ist, dort kann ich nicht hin. Ist halt die Frage, kann ich den da ausschalten, ohne dass die beiden es bemerken. Ich sehe einen von den Powercellen aus meiner Pfeilgeschwindigkeit. Ich muss die Anweserung irgendwie destrukturen. Okay. Der hat den Schuss bemerkt, aber er hat nicht mich bemerkt. Ich sehe einen von den Powercellen aus meiner Pfeilgeschwindigkeit. Ich muss die Anweserung irgendwie destrukturen. Ich sehe einen von den Powercellen aus meiner Pfeilgeschwindigkeit. Ich muss die Anweserung irgendwie destrukturen. Das hat nicht viel geholfen. Okay, hier ist der im Weg. Und so weit kann ich nicht chargen. Versuchen wir mal einen heimlichen Angriff. Okay, der klappt. So. Den da kann ich mir so vornehmen. So, das hat niemanden angepisst. Fürs Erste. Oh, shit. Den habe ich jetzt angepisst. Der hat mich nämlich jetzt gerade gesehen. Ich dachte eigentlich, ich könnte da rüber chargen, aber... Irgendwie kann ich es doch nicht. Weil ich kann da hin. Aber ich kann wahrscheinlich nicht da hin. Doch, ich kann da hin. Oh, das sind aber einige jetzt. Die ich dadurch angelockt habe. Ich sehe eine der Powercellen aus meiner Pfeilgeschwindigkeit. Blackscreen. Create a Cl... Ah, ja. Also gut, ich habe so einigermaßen eine Idee, wie ich das machen kann. Ich sehe eine der Powercellen aus meiner Pfeilgeschwindigkeit. Ich muss die Angelegenheiten irgendwie distracken. Das war weniger gut. Scheint aber niemand gehört zu haben. So, erstmal da hinspringen. Dann dahin zurück. Sind das eigentlich schon wieder Whistle-Pirates? Ich sehe eine der Powercellen aus meiner Pfeilgeschwindigkeit. Ich muss die Angelegenheiten irgendwie distracken. Ich sehe eine der Powercellen aus meiner Pfeilgeschwindigkeit. Ich muss die Angelegenheiten irgendwie distracken. Ich muss die Angelegenheiten irgendwie distracken. Das war nicht geplant. Hm. Ich sehe eine der Powercellen aus meiner Pfeilgeschwindigkeit. Ich muss die Angelegenheiten irgendwie distracken. Daher kann ich nicht chargen. Ich kann nicht chargen. Hm. Ich kann auch nicht so direkt. Schießen. Schießen. So. Wow. Gucken, dass ich wegkomme. Ja, die wissen, wo ich bin und beschießen mich. Ich sehe, dass ich eine Powercellen aus meiner Pfeilgeschwindigkeit verletze. Ich muss die Angelegenheiten irgendwie distracken. Ich muss die Angelegenheiten irgendwie distracken. Ich sehe, dass ich die Angelegenheiten irgendwie distracken. Okay. Das war jetzt die super Frage, wo ich jetzt schon hier stehe. Wenn ich den da ausschalte, kriegt das keiner mit. Okay. Okay, der eine hat mich gesehen. Toll, der hat mich gehört. Ich muss den auf jeden Fall ausschalten, also meucheln. Ansonsten entdeckt er mich sofort, wenn er an dem Busch vorbeigeht. So, jetzt ist der andere schon aggressiv, weil ich seinen Kumpel erschossen habe. Und alle anderen kommen auch okay. Das bringt nichts, ich muss die beiden meucheln. Ich kann beide meucheln, weil sie mich ja nicht sehen können. So. Ah. So. Ah, der hat mich jetzt gehört, weil ich gelaufen bin, okay. Also ja, jetzt, weil ich weiß, wie Hush funktioniert. Ist das Ganze kein so großes Problem mehr. Jedenfalls kein solches Problem, hier wieder wegzukommen. Hoffe ich mal, es ist so. Ah, ich komme von hier aus nur jetzt hin. Mist. Also gut, nochmal das Ganze, Hush. Hush aus. Der hört mich. Und der hat mich auch irgendwie gehört. Oder ich war wieder in seinem Sichtfeld. Das kann auch sein. Also ja, Stealth-Mission. Ja. 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 Gut. Gut. Gut, wenn ich nur noch von hier wegkomme. Ohne, dass die mich bemerken. Sehr schön. Gut. 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 Den da könnte ich versuchen auszuschalten. Sag bloß. Ich muss die wohl doch ablenken. Weil wenn ich die töte, sehen die anderen da. So dann verfolgen sie mich gleich. Gut. Bis jetzt nicht. Nicht. Ähm. Wow, das war knapp. Sag bloß, es gibt hier zwei Ausgänge, die ich nutzen kann. So, probieren wir es nochmal. Du schließen wir den Weg. Jetzt nicht mehr. Okay, hier gibt es tatsächlich zwei Ausgänge. Äh, bin ich schon wieder hier oben, oder was? Okay, gehen wir mal hier durch. Ja, ich bin gerade irgendwie im Kreis gelaufen. Gucken wir einfach, dass wir den anderen Ausgang kriegen. So. Die da habe ich ja gut abgelenkt. Heilen brauche ich mich ja nicht. Das ist ja richtig Stealth-mäßig. Da muss, ist es eigentlich schlecht, sich heilen zu müssen. Jetzt abgesehen vom ersten Mal. So. Und raus hier. Und raus hier. Ah, hier kann ich meinen Charakter jetzt ansehen. Wir haben 400 Energiezellen. Gravity Loop. Jo. Das hat sich übrigens auch geändert. Die Sachen müssen nicht mehr gecharged werden. Also die verbrauchen keine Energie mehr. Sie sind einfach, sie werden einfach aktiviert. Mhm. Was hat der Shadow denn eigentlich alles so? Irritation Gas. Sorgt dafür, dass der Black Screen Gegner schwächt. Weeping klingt nicht schlecht. Der lädt den Hasch stärker wieder auf mit jedem Hinterhalterangriff. Shadow Backstep klingt auch recht mächtig. Da sind die Leichen weg. Shadow Shift kann öfter benutzt werden hintereinander. Also ich muss nicht ständig warten, bis es aufgeladen ist. Sondern kann schneller springen. Was gerade beim Black Screen wichtig ist. Das heißt, dass ich schnell zwischen Black Screen und dem nächsten Ding hin und her chargen kann. Shadow Blade allows to destroy one opponent of the world. Das ist geil. Da kann ich durch einen Gegner durchchargen und ihn dabei töten. Und der Body disappeared. Rain of Shadows. Heavy. Multi Shot slows down. Enemies consideration. Simplifies Preparation of Power Shot. Also ja, der hat richtig geile Sachen, muss ich ehrlich sagen. Aber gut. Quick Save machen. Abschluss Logbuch Eintrag Nummer 18. Captain Kirkbeard. Es spricht immer mehr dafür, dass die Energiesignatur, die wir geortet haben, weiter oben in den Höhlen, von unserem dritten Mitglied des Außenteams gehört. Wir haben immer noch keinen Kontakt zu den anderen beiden Teammitgliedern, nachdem sie die Anomalie zerstört haben. Hoffentlich können die drei ihre Kontakt wiederherstellen. Sich an einem Sammelpunkt sammeln oder zum Schiff zurückkehren. Dass wir diesen Horrorort endlich verlassen können. Kirkbeard. Ende.